be birthday to you nein aber wir haben einen kuchen gebacken und damit herzlich willkommen zurück liebe freunde zu minecraft captain hallo strahle so ich glaube mit rechtsklick ist man das so ich gehe weiter und mache meinen gedulden sie da zustand ich muss noch einen runter hallo der skelette gehen ja noch eigentlich am schlimmsten sind diese creeper kacke wir gehen wenn sie die folge heißt bestimmt hey hallo skelett man weiß es nicht so wie ihr seht waren wir schon wieder in unserem schema die ganzen räume um ja irgendwie muss man hier system rein kriegen sonst wird das nichts habe ich das gefühl wird lauf drauflos ballast dann wird sowieso nichts ich habe gar keine fackeln fällt mir gerade so ein ja darum habe ich dir schon welche aufgestellt jetzt habe ich auch keine mehr ich habe stickies und kohlen passt ja 56 fackeln da kannst du mir mal ein paar hoch bringen bringen ja das kostet das kostet wo bist du hinter der wand hier bin ich dankeschön das ist zu gütig von ihnen das war sie ja ohne gleich eingebildet ich denke mir gerade warum geht das so fix sternhacke sollte ich das mit der eisenhacke sollte ich das vielleicht nicht unbedingt machen da haben wir haben zwar sie zwar viel aus an eisen aber wenn es dann draußen ist rücke zuge weg sondern dass wir sind ja auch zu zweit musst du auch rechnen so und ich werde den nächsten abgang dann da drüben machen weil dann sparen wir uns hier gleich mal was ausschlägern jetzt ist schon wieder in die nächste ebene gleich fertig gleich fertig scheiße so so ich meine doch teilweise wüsste was man mit den ganzen gedöhnen soll was man sich hier so einsackt ne ja durch das dass wir eh immer ebenen bauen kriege ich sogar die durchsteine halbwegs weg hm 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 hier war nichts mehr versteckt dass er doof fast muss die dritte schicht noch wegkauen ich mache mal erst zweier schichten und dann kommt die dritte höhe fast gewillt hier nicht so viel auszuleuchten damit war ein paar endermänner mal kriegen ja da muss man sich hat eine etage ausmachen wir nicht ausleuchten wir machen das wieder drei hoch sind wir auf der ebene ich höre laber ich weiß noch nicht ob die laber das ist was dahinten blubbert oder bei mir irgendwo äh meine spitzhacke ist gleich im arsch ich habe keine stickies mit ist das glaube ich zwei über mir macht man auch ein paar spitzhacken dann nimmst du das mit ich habe den ding gefunden den was die gruft dungeon wenn man mit seiner gruft geschichten aus der gruft oder was die ich habe ich habe es ist du kannst was hat man ja nur zwei hühner wo und dann hühner nur noch zwei hühner weiss ich nicht hast du eigentlich geschaut aber oben irgendwas gespawnt ist wie du den kuchen gebacken hast äh nö wird mir nicht irgendwann den hund kriegen ne es ist ein huhn gespawnt ok hartstum bringen die kuh lauf mir nicht vor's huhn so zack so wie viele kühe haben wir denn eins zwei diese gefleckten schweine ich denke immer sind kühe 1 2 3 4 das kommt mir gelegen 1 2 3 4 so viel sind es hier äh ich möchte gerne eine kuh vermehren ihr beiden ja für euch bleibt leider nichts mehr überall es tut mir leid so viel habe ich nicht Schweine könnten wir auch noch mal machen du und du ja wieder ein geflecktes warum sind so viele gefleckte ich will nicht so viele gefleckte die die roten sind so dann können wir gleich nochmal die hühner jetzt geht der der dings bisschen weiter hoch das zuckerrohr ok so meine lieben freunde äh du lass mich doch hier runter suche hühner wie viele du und du dann wollen wir gleich mal wieder ein paar nachziehen hier spitzhacken jetzt geht das los mit spitzhacken pass mal auf ich baue spitzhacken ne ja ja ich bin hinter dir wir zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn für jeden fünf reicht es erstmal, wa47.: Ska Ska Ok. Wo ist er? Neben dir. Achso. Danke. So. Eine liegt da noch. Für dich. Was baust du noch schönes? Ich hab grad wieder Eisen und Gold in die Öfen gegeben. Achso. Und jetzt geh ich wieder runter. Leiterin haben wir ja auch noch ein paar, ne? Ach, jetzt schmeiß ich mal meine Spitzhacke weg. Ist ja auch schön. So, Tiere sind vermehrt. Ein bisschen Weizen wieder angepflanzt. Nein! Ich hab ihn übersehen. Den ersten hab ich gekriegt, aber... Hier flatscht wieder was. Ja, ich weiß. Aber warum? Ich muss. Ich muss hier gerade reparieren. Wo flatscht der denn? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht noch eins runter. Muss ein großer sein. Ah, hier ist er. Hallo. Ich hab drei Schleimkugeln. Ich hab vier. Aha, bleib da oben. Wann wird da zwei Abstand? Nein, ich war da gerade bei mir. Mir ist die Spitzhacke aber ausgedrückt. Achso, der Creeper hatte was, äh, ja. Er spart. Sag wenigstens braver Creeper. Wann wollen wir uns denn mal nach ganz oben bauen eigentlich so? Na, ich weiß nicht, wann wir den Bedarf halt einmal danach haben. Weil da ja auch noch die Kisten sind, ne? Ne, wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Holz wieder dafür, weil wir hoffenweise weiter brauchen. Mh. Müsste immer wieder Bäume anpflanzen eigentlich. Uiuiuiuiuiui. Scheiße. Ja, mit der Ebene fertig bin, mach ich das nochmal. Eben paar Bäume anpflanzen wieder. Mhm. Das wollen wir jetzt einmal zur ersten Insel hochbauen, weißt du? Ja. Mit welcher Ebene meinst du jetzt mit deiner oder mit meiner hier? Mit meiner. Okay. Dann brauche ich Leitern. Glaub, ein paar haben wir noch in der Kiste, ich weiß aber nicht wie viele. Oder du hilfst mir kurz bei meiner Ebene auch. Ja, kann ich auch machen. Na dann brauche ich da nicht so lange. Und von mir aus darfst du sie auch in deinen Dungeon da reingraben. Hörst du, ob da irgendwas drinnen rumläuft im Dungeon? Hm, ich glaub schon. Wir müssen halt nur aufpassen, dass uns da nix den Brunnen da kaputt macht. Welchen Brunnen? Da ist so ein Brunnen, das Tor praktisch, wo du die Augen einsetzen musst, dass du dann in das End kommst. Okay. Das darf nicht kaputt gehen, ich glaub, sonst haben wir ein Problem. Ich weiß nämlich nicht, äh, ob das funktioniert, wenn das Ding kaputt ist, oder ob das überhaupt kaputt geht. Ich hab keinen Plan. Ja. Nur wäre scheiße, weil dann ist die Mission schon wieder gescheitert. Ja. Ja, dann leuchten wir halt dort aus bis zum Gehtnichtmehr. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Wo ist er? Da ist er. Okay. Ähm, soll ich hier mal den Boden bauen? Oder wie wollen wir das machen? Äh, aufbrechen meinst du, oder wie? Nee, dass wir hier den Boden haben. Ja, ich hätte dort gleich wieder den Abgang zum nächsten Ding gemacht. Ja, ja, hier hab ich da ein Dreierdings gelassen, da können wir es ja auch hinbauen. Und das war hier wieder so ungefähr... Ja. Ja, das ist jetzt wieder Dreierabstand, das passt ja hier jetzt. Ja. Oh Gott, hier ist wieder so viel Loot. Also hier ist Gold und Lapis Lazuli. Ja, bei mir auch. Oh. Da ist Lava, das ist nicht gut. Ich hör auch Lava bei mir. Ich weiß nicht, ob ich nicht bald sterbe. Schifftaste gedrückt halten und an den Rand des Feuers. Ja. So, ich bin schon mal in Sicherheit. Ich hab noch nicht meine Lava gefunden. Ja, die Lava ist genau unter mir. Na ja, du bist vor mir. Und ich bin auf der Ebene von der Lava. Und ich hab da runter gebaut, weil hier ein Loot ist. Was noch? Aber gut, das baue ich jetzt eh wieder zu. Na, Gold kann ich nicht abbauen. Ich hab keine Eisenspitzhacke für sowas. Wo bist du? Ja. Hier in der Mitte. Ah, okay. Irgendwas stirbt hier schon wieder. Ich glaub so viele Lapis Lazuli brauchen wir gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hallo. Hallo. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber awesome. Ich hab keine Ahnung haben. wie gut dass man hier nicht runterfallen kann wenn man an der barriere rumläuft keine erfahrung kriegt dann wird man aber hier auf level 300 millionen Eisen Eisen und wieder? Gold So haben wir das doch hier auch gleich geschafft Ja So So Soll ich da sterben ey und alles verlieren was ich habe? Ich weiß es nicht Mal einen Blick rein werfen Ja aber das machen wir jetzt nicht jetzt sondern erst in der nächsten Folge Okay also Tschüss Papa Tschü tschü Bis zum nächsten Mal.